Sicherheit ist uns wichtig hier auf dem Cappingplatz Hetzingen und darum haben wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Erste-Hilfe-Kurs durchgeführt und diese zu Ersthelfern ausgebildet. Trainer war Klaus Krauthausen vom DRK Düren, der das exzellent und professionell durchgeführt hat und wie das Ganze sich gestern zugetragen hat, das zeigen die nachfolgenden Bilder. Schaut gerne mal rein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020